hallo und willkommen zu einer weiteren folge wir sind heute am start und lesen wann kommt ein kommendes wochenende machen wollen wir machen wollen wir machen wenn nichts irgendwie dazwischen wollen wir machen haben wir haben es wirklich vor wollen wir machen so also jetzt ja dann schauen wir mal hier rein wo bin ich jetzt reingegangen ist total blöd so ich wollte eigentlich jetzt hier da unten gucken genau hier haben wir nach wie vor den musik boomhauer in mamas altmodische geheimnis schatolle aber leute nur kurz als info bei den community stream müssen wir gucken weil es ist ein abo stream an alle abos wir wollen uns bedanken für die 700 abonnenten die haben wir jetzt schon länger ja und wir wollen uns dafür bedanken es geht nur an alle abonnenten alle also alle die abonnenten nur die können dran kommen genau so also hier müssen die cia student neil goldman karls und bild dort dann haben wir hier den bild dort mit der ausgesprochenen der sendung ich weiß so und dann haben wir hier die dog box mit betsy die spirit new brian goggles ja bin ich jetzt nicht wirklich begeistert von ja und dann sind wir auch schon soweit dann geht es auch schon in die die fahrt in der jar ist eine geile kombo definitiv und die schauen wir uns jetzt auch einfach mal an muss ich wieder bis hier in die mitte rücken so fahrt in der jar ist mit eugene belcher und ja waffen karten dann machen wir hier einfach mal ein max out gucken wir da rein was dabei rauskommt und da sehen wir dann auch schon hier zum beispiel 23 fach gas neun fach cripple all die mauer 21 angriff 76 leben was ist das stärkste davon 23 gas 23 gas 21 gas wieder 23 gas hier mit cat guards ja ist alles mit cat with gun ist es am stärksten 24 gas und zehn fach cripple all auf jeden fall eine mega geile hier auch noch mal mit mobile oppression mega geile combo aber es halt jetzt geht an die wales also die ist aber ihr wisst dass sie jetzt wissen selbst und die werden sich das mit sicherheit holen aber ich hole mir nicht für 500 jams so dann haben wir den den waschbrett bill oder waschbott soja was kommt da raus letzten endes bild ist also wenn man sich die ganzen bildkommos anguckt ist das mit sicherheit nicht die stärkste also die lohnt sich die nahe um gottes willen also die lohnt sich ja ja genau so dann haben wir hier die nächste combo dieser art den tuba peter auch ein bisschen enttäuschend dafür dass es dafür dass es eine peter combo ist aber gut ne gibt hier auch gibt es auch nur eine möglichkeit mit einer legendären der red shirt die ist auch scheiße ja also nicht gut gut das neunfach motivieren wenn das max was kommt bei raus zwölffachen und zwölffach motivieren ist eigentlich nicht aber das andere karten ja nur noch ganz andere effekte mit dabei und also ich würde sagen lieber nicht mehr lohnt sich auch nicht so dann kommen wir zur catcher lwenn ist auch schlecht so und da ist ja da schon so und dann hier mit einer blöden ball zum beispiel dann kommt da hinten diese catcher lwenn raus mit einer mauer und hier ist ja lohnt sich auch nicht wirklich ja wofür die ist schrott also da das lohnt sich nicht alles ohne effekte ja doch du hast ja die lwenn ist es ist aber hier lwenn blätter hat immerhin einen burger hat hijack und kribbel also da ist da ist ja fast die 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 ursprüngliche lwenn und ursprünglich stinger ist besser als catcher lwenn das ist wieder mal so ein klassisches beispiel wo dann hinterher die combo rauskommt die dann scheiße ist ja also ja das war die scheiße gesagt das sind ist ja noch das ist ja noch freundlich freundlich ausgedrückt so also wenn es euch gefallen hat da waren wir schon mal ich glaube wir stehen kurz vor den 700 abonnenten so weiter geht haben wir bald wieder 700 abonnenten so also abonnieren den kanal also nicht der moment vielleicht vielleicht mache ich hier auch irgendwas falsch also nicht die abonnieren abonnieren also genau das andere also nicht nicht wegnehmen sondern da ich habe keine ahnung also wenn es euch trotzdem gefallen hat dann haut mal rein und ja ja also bis zum nächsten mal macht's gut bis dann dann ciao